Ich habe gehört, wir schicken dich rein in die German YouTube-League. Ich habe doch gespielt. Ja, gegen wen? Gegen TCG Arzenjens heißt der. Arzenjens? Was ist das nochmal? Das ist so ein krasser Händler. Kein oder so schlecht. Aber ich glaube, Tommyzocker ist auch krasser als der. Und welches Deck hast du gespielt, Mann? Ich habe Spiral getestet. Spiral? Okay, dann schauen wir uns das mal an. Ja, servus Leute. Wir kommen jetzt zur German YouTube-League. Diesmal Spieltag. Nummer? Zehn oder elf oder so. Zehn oder elf. Ja, wir sind selber nicht mehr gescheit drin, wie ihr seht. Schauen wir uns mal das Duell an. Diesmal hat uns Tati vertreten. Sein erster Auftritt. Sein erster Auftritt. Ja, Mann. Ich habe Spiral gespielt. Ich habe mir gedacht, ich bin ein bisschen Fun. Wollte ein bisschen antesten. Und jetzt geht es schon los. Bist du das oder der Gegner? Nein, das ist der, mein Gegner. Oh mein Gott, schon wieder Blue-Eyes. Ja, Mann. Gegner spielt Blue-Eyes. Das habe ich vor einer Woche echt schlecht gemacht, weil Nico das gespielt hat und verloren hat. Wir werden sehen, ob ich gewinne oder nicht. Ja. Ja. Okay, er hat gleich die Kombo-Karten. Ja, er hatte echt so krass, Mann. Er hatte echt schon die Dreck. Schau mal an. Er holt sich Weller auf die Hand. Ja. Ja. Und ich versuche die ganze Zeit Weller irgendwie... Zum Gehen. Zum Gehen, ja. Beziehungsweise rauszulocken. Alternativ. Synchro. Ja, ganz typische Eröffnung. Ja. Macht er noch Effekt. Holte ich den einen da. Ja. Wie war deine Starthand, kannst du dich erinnern? Ja. War ganz okay. Eigentlich. Aber es hat halt... Ja, er hatte echt perfekt gehabt. Das wirst du dann schon sehen. Es gehört Spiral nicht zu den krassen Karten oder wie? Ja? Spiral. Zu den krassen Decks. Nein. Die jetzt im Mix. Nein, nein. Speedroid. Ja, Mann. Ich spiele mit Speedroid-Engine. Echt gut, Mann. Ja. Ich dachte, er macht vielleicht Whaler. Er überlegt auch sehr lange. Also wolltest du jetzt schon Whaler rauslocken? Ja, klar. Okay. Ich hatte schon eine Hand, wo ich sagen kann, ich kann mit seinen Monstern schon umgehen. Ja. Du weißt, das ist gut, die haben halt echt fette Angriffe und Verteidigung, Mann. Ja, das ist das Problem, Mann. Außer der ist... Der jetzt... Ja, aber er kann sicher Opfern holt einen anderen. Ja, ja, ja. Also Game 1 ging hin und her. Ja. Ja, ja. Ich habe das Blackstone geholt. Ja, ich habe das Blackstone geholt. Normalerweise spielt man eigentlich auf Ding. Auf... Wie heißt der? Auf Invoker. Da kann man einen holen. Und dann holt er halt den Moonlight. Okay. Der ist echt krass, Mann. Der ist echt krass, Mann. Jetzt mache ich den Effekt von Agent. Natürlich hat es auch viel mit Glück zu tun. Er kommt gespecialt. Na hä, wieso mit Glück? Ich kenne die Karten nicht. Wieso hast du... Ja, nein. Wenn ich jetzt richtig rate, kann ich ihn specialen. Und wenn er kommt, gespecialt durch auch seinen eigenen Effekt, könnte ich eine Zauberer-Fallen-Karte schießen. Hast du richtig geraten? Ja. Aber er hat immer nur geaktiviert. Ich habe eigentlich mit jedem Deck gerechnet, aber nicht mit Blue-Eyes, Mann. Okay, wie hattest du deine Side so? Hm? Side gegen Blue-Eyes? Oder hast du es drauf eingestellt, deine Side? Ich habe halt allgemeine Side gespielt. Okay. Aber ich wusste halt nicht, was er spielt. Aber Blue-Eyes ist schon eine echte Meta. Das kann man nicht vernachlässigen. Aber du hast ja auch ohne den neuen Chaos-Max-Dragon gespielt. Oder normales halt, mit Alternative und so. Ja. Diese Chaos-Max ist echt unglaublich, wie oft ich OTK kassiert habe. Zweimal Chaos-Max tot. Alternative. Zeig dir vor. Blue-Eyes. Und bei uns. Wir haben auch alle krasse Effekte, Mann. Hm, interessant. Das verstehe ich jetzt nicht. Wieso macht er den jetzt? Jetzt hat er weniger Schaden. Den macht man doch immer am Ende oder so. Das habe ich ihm danach auch im Ende. Im zweiten Game hat er auch mal so ein Ding gesehen. Das wirst du ja noch sehen. Er hätte auch viel mehr Schaden drücken können. Aber er hatte auch die Fehler gemacht. Okay. Das habe ich ihm auch dann geschrieben. Das ist jetzt schon safe ein Fehler. Ich kassier halt Schaden jetzt. Ja. Aber ich konnte schon echt mithalten. Also ich habe immer so ein bisschen. Aber ich hatte halt keine Falle. Ich habe halt keine Fallen gezogen. Nichts halt. Jetzt kommt der halt. Das ist der, der die drei obersten Deckkarten macht. Und dann kann ich es in der Reihenfolge beliebig machen. Ja. Hast du jetzt den anderen nochmal? Um richtig zu raten. Jetzt warten wir ab. Der erst und die drei jetzt auch. Ja, genau. Da kommt der. Ja. Er kommt nur Spezial, wenn du richtig ratest. Sonst nichts. Ja und wenn er halt kommt, kann ich eine Zauber der Fallen-Karte schießen. Okay. Dann hast du jetzt schon mal safe schlechtes Matchup. Weil der hat ja fast die Zauber der Falle außer die Field Spell. Oder Drachenschlucht. Aber er hat nichts. Der ist halt krass, der ist echt krass. Der spielt mal auch jetzt in Zukunft, Mann. Der ist echt super. Ja, ja. Ich glaube, der ist jetzt in dem neuen Set rausgekommen. Das Problem ist halt, die haben, man spielt auf viele Einser, auf viele Einser Exit. Aber wir haben noch keine krassen. Ja, aber es gibt schon ein paar Einser Gute. Ja, aber uns fehlt halt einer, der ist halt echt gut, Mann. Der zum Beispiel ist echt krass, der Dalahen. Der ist auch nicht schlecht, der nicht. Ja, wen hast du angewählt? Ihn, oder was? Nein, noch gar nicht. Er hat auf die Dinge gemacht. Und dann habe ich halt angechained. Ja, genau. Und jetzt macht er halt noch den anderen Effekt, weißt? Ja. Er hat halt echt perfekt gehabt, Mann. Und jetzt ist halt alles beschützt bei ihm. Ja, ja. Wahrscheinlich zielen die meisten Effekte von dir. Ich kriege ihn trotzdem weg. Kommt er nicht zu seiner Standby-Phase jetzt? Was ist das? Nein, ich kriege ihn ja weg. Durch ihn halt. Okay. Ich kann den Effekt machen. Dann halbiere ich die ATK und die DEV und es zielt nicht. Okay, wir können das Video umbenennen. Tati erklärt, war das Spiral Deck. Schau. Das habe ich ihn wegbekommen. Und es ist krass, Dalahen kann halt auch in der gegnerischen Phase die ATK halbieren. Okay, jetzt hat er bestimmt was Saftiges gezogen. Ja, er hat halt Server-Cry. Jetzt holt er den, jetzt kann ihn banischen. Er hat halt echt perfekt gehabt, Mann. Ja. War halt echt krass. Aber egal. Jetzt hast du keine Ressourcen, nichts. Nee, aber das was er macht, das ist jetzt krass halt. Er macht halt Felgrant jetzt. Er überlegt auch lange, weißt du. Das ist interessant. Dimi spielt ja auch Blue-Eyes, wie wir alle wissen. Aber er spielt Felgrant gar nicht. Ich habe ihm schon gesagt, er spielt Felgrant. Felgrant ist echt gut. Ja. 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 Ja, er könnte auch Teil holen. Dieser, der Heretic-Schießer. Achter. Er hat nur eine Handkarte. Ja. Kann auf den schießen. Du halbierst. Endphase kriegt er zurück. Aber ich kann immer noch anstehen. Ja, ja. Aber in Endphase kriegt er seine ATK wieder. Der ist nur bis zur Endphase halbiert. Ja, jetzt mach ich halt. Dimi, ein Tipp an dich. Felgrant muss man spielen. Blue-Eyes. Also wenn man eine Option auf 8er Exit hat, muss man den Felgrant spielen. Auf jeden Fall. Nein. Jetzt bist du tot. Ja, das Schlimme war halt, er hat halt durch Dinge gemacht. Er hat das andere Monster angegriffen, oder? Ja. Ja, wieso hast du den Effekt dann nicht aktiviert? Ja, weil er ihn negiert. Ja, dann ist schon mal ein Material weg. Weil der hätte ja überlebt. Ja, das Material wollte ich ja behalten. Ja, dann musst du jetzt Felgrant so wegkriegen, oder? Ja, genau. Aber er hat ja Whaler und Felgrant. Deswegen tot. Schau siehst du, er hat ja Whaler und Felgrant. Ja. Wenn er Whaler nicht gehabt hätte, wäre er tot gewesen. Ja, das heißt tot. Ich hätte halt, äh... Ich wäre halt im Vorteil gewesen. Ach so, jetzt kenn ich das Deck. Das mit dem Design-Mann, was Munir so gehypt hat, weil die so geil ausschauen, oder? Keine Ahnung. Wieso hast du Spyro gespielt? Wie bist du darauf gekommen? Der Leiden der Munir? Ja. 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 Jetzt liegt er halt in den Effekt und das war halt auch wieder... Kann er nichts machen. Ja, du hast keine Option auf nichts. Level 1 und Level 4. Du musst abgeben. Sehr wahrscheinlich. Ja. Und Def drin noch. Aber er hat jetzt auch nicht so viel, obwohl er gut gezogen hat. Er hatte halt Whaler. Das hat halt gereicht. Whaler echt heftig. Das hat er ja. Dann, 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 so. Das ist jetzt noch schlimmer. Okay. Dann leide ich noch schlimmer. Ja. Jetzt kann er mit ihm übertrielt werden. Wo er sechs sieht. Null Verteidigung Felgranz ist der Late Game Entert Das ist nur wenige Karten auf Feld und die dann, die ihn aufhalten, die geht einfach Und vorbei, Game 2 Hast du ihn anfangen lassen, oder was? Fängt man mit Spiral nicht selber an, dann lässt man anfangen Ja, ich hab mal überlegt, aber es ist halt schwierig Okay, der Anfang des Duels ist ein bisschen ausgeschnitten Aber wir haben die Speedkarten, Trade-In und so weiter gesehen Er gibt ganz normal ab Der Level 1er, was macht er so? Willst du ein bisschen was dazu sagen? Nein Ich spiele halt, also der, also der, das Pendelmonster ist echt heftig, mann, also echt heftig Und den kriegst du jetzt wieder wie weg? Ja, jetzt macht er halt wieder auf Moonlight, mann Ja Moonlight echt krass Aber wieso hast du angegriffen? Was hättest du denn machen können? Ich hätte den Effekt von dem, von dem Pendelmonster genommen Und er hätte dann die Hälfte gemacht, wäre ich rüber gelaufen Achso, okay Aber er macht das Moonlight und zerstört mein gespesseltes Monster Ja, das Moonlight gibt auf die Hand Oder auf die Hand, genau Oh, Mindcrush Ja, Blue Ice, er ist tot Nein, ich muss auf Soul Charge machen Ja, stimmt Alter, Mindcrush ist tot Okay, aber er hat halt wieder Ghetto Gospel, mann, die Karte ist zu krass, mann Weißt du was das krass an der ist? Selbst wenn du mit Strike negierst Den Monster-Effekt und zerstören Gospel, äh, beschütztes Monster Echt? Ja, ist ernst heftig Obwohl es ne Konterfall ist Ja, ernst tot, mann Da hab ich ihm dann geschrieben Schon wieder, dem mit mehr Schaden Er hätte mehr Schaden machen können Er fragt halt so, hä, wie, was? Ja, aber du darfst ihm doch nicht jetzt schon Tipps geben Ich würde ihm nie so einen Tipp geben Ich war eh schon verloren Das war eh schon verloren Ein, du hast vier Handkarten Hast du nicht verloren? Alter, der hat wieder so zwei krasse Monster Und einen opfert das andere auch So krass sind die nicht Oh mein Gott, mann Du hast vier Handkarten Ja, das war nur Monster, Mann Schau, wieder Whaler kassiert Der kommt natürlich nicht, weil ich falsch gehe Okay Okay, das ist schon echt random Das Deck Das Deck ist dann einfach Was heißt negiert? Er muss auch auf Glück machen, mann Weißt? Ernst heftig Ich hatte aber, schau mal Ich spiel drei N's and Fusion Ich spiel alles, ja Aber nichts gezogen, Mann Doch, der ist ja Aber er gibt mir Mal, pass auf Er gibt mir jetzt Crow, Mann Pass auf Echt, ey Alter, wer spielt noch Crow, Mann Oh mein Gott, richtig saftig, Mann Der kam echt super saftig Whaler und Crow, Mann Oh mein Gott, Tati schreibt schon Oh mein Gott Du bist echt perfekt Aber dann hab ich ihm noch Ich kann ihn nicht mehr Ich kann ihn mal nicht angreifen Tot, Mann Tot Hat Spiral keine Tüner oder so? Nein Ich hab Bult gespielt Jetzt macht der Endface den Das sag ich halt So ist deins Ja, gutes Spiel, bla bla Aber ich wollte eigentlich noch schauen Was ich nachziehe Schau, und jetzt holt er den in Death Anstatt den Angriff Verstehe ich auch nicht Naja, du hast ja nichts Ja, das sind so die Kleinigkeiten Wenn man sein Deck nicht unter Kontrolle hat Aber anscheinend ist Das Deck besser wie er Ja, aber der war nett Kann man nicht sagen Ja, absolut Ein bisschen Stichelein Das ist alles nur Spaß Sag ich mal Das ist deins und so Aber ich hab immer noch den Effekt Von dem einen da Ich kann halt hier nicht verlieren Ich verliere nicht gleich Ich muss halt eine Artcard abwerfen Und wollte dann auch schauen Was ich nachziehe, weißt Ja, wer im Angriff her tut Ja, genau Das ist ein Sinn Kommand so, ja Nichts weiss, was ich nachziehe Im Face, Banished Nein, alternativ Auf die Hand Wer gibt mir noch so ein Obmann Geht tot, weil ich hab Dinge nachgezogen Maschinen-Duplikation Wenn ich die eine Runde früher gehabt hätte Wäre auch krass gewesen Ja, das war's von mir, Mann Leider verloren Kann man nichts machen Er hat sein Bestes gegeben Und mehr kann man da nicht mehr ändern Das war ein falsches Deck auch Aber Blue-Eyes hat immer noch Jetzt bei uns in dem Format Immer noch auf Tier 2 Aber eigentlich schon Vielleicht Tier 1 bald Ja, aber egal Achso, das war Tier 2 Format, oder wie? Das war Tier 2 Format Glaubst du, ich spiele Tier 1 Format So was Blue-Eyes ist doch kein Tier 2, Mann Doch, wir haben's doch so Unglaublich Da müssen wir noch mal genauer reden Und so was kann echt nicht sein Nein Es war cool mit dem Ding Er war ein cooler Typ Ja, hat Spaß gemacht Ja, ist merkwürftig, kann man nicht sagen Und Ich hab leider verloren Egal Wir haben noch ein paar Spiele Und dann geb ich Gas Das war's von uns, Jungs Danke euch Schöne Grüße an Atzen, Jens Und Yu-Gi-U-Series Business Servus, Jungs Hier euer dreifache Familie, Dedi Danke, dass ihr das Video angeschaut habt Bitte liked das Video Abonniert es uns Kommentiert es das Video Ob es euch gefallen hat, oder nicht Denkt es an unsere Facebook-Seite Liked es die Schaut es auch bei unseren Sponsoren vorbei Die haben immer tolle Sachen Und nicht vergessen, Jungs Yu-Gi-Oh! Is serious business Und nicht vergessen, Jungs Untertitelung des ZDF für funk, 2017